Hallo zusammen, willkommen zurück zu Minecraft Space Astronomy mit dem Dadjeep. Ja hallo. Karls Röpter. Hallo. Und dem Georg. Schlafen? Nein. Nicht später. Ich bin nicht geschlafen. Ich bin auf dem dunklen Dach. Wenn die letzte Folge nicht gesehen haben, guckt ihr in der Videobeschreibung der erste Playlist, da könnt ihr jede Folge nochmal ansehen. Letztes Mal war das ME-System gebaut und jetzt geht es ein bisschen weiter. Aber ich habe noch zwei Reward-Bags, die mache ich mal auf, immer. Scheiße. Ich könnte auch noch einen claimen und könnte es auch aufmachen, Luis. Das wäre geil. Der war gut und da waren nur Glasscheiben drin. Haupt-du-kack-Zombie. Boah, der war scheiße, ey. Okay, Peter, welchen auch noch? Ja, warte, ich werfe ihm das Glas runter. Möchte einer durchlaufen, da hat er ganz viele Glasscheiben. Wirft ihm eine gute Glasscheibe. Gib mal, gib mal, gib mal, gib mal. Glasscheiben will ich nicht. Bald, ne. Der war gut, oder? Der war richtig gut. Haben wir Slime-Balls? Wow, Mob-Drops. Ich weiß gar nicht, unten in der Kiste irgendwo, kann das sein? Ja, super Kiste. Na, gut, so geht das. Aber ich kann auch eine Quest abgeben von deinem Windrad. Oh, nice, ich brauchte Knochen, danke. Weißt du, in welcher Kiste die Slime-Balls sind? Nein. In der Kiste, wo du die ganzen Scheiben davor geworfen hast. Ausgezeichnet. Ähm, Heiko, ich kann auswählen. Soll ich einen Woodenpost nehmen? Oder Transformer? Okay, Reward-Bag. Na, Jo, gut. Krass. Und wie ist der? Auch gut. Oh, ne Memory-Card und 20 ME-Kabeln. Nice. Ja, voll die krassen Sachen. Und sagen, ich kann dich gar nicht hauen. Oh nein, da sind irgendwelche Samen auf dem Boden. Bah. Bah. Wer hat denn seine Samen hier auf dem Boden verteilt? Meine Freunde. Da seid ihr dann auch immer genau vor die Kisten schmeißen, ne? Ich hab einfach vom Dach oben runtergeworfen. Was soll's? Oh. Aber warte mal, Storage, das sehen wir mal das letzte Mal dran, ne? Wir könnten theoretisch jetzt den Advanced Inscriber machen, weil der ist relativ günstig. Ja. Machst du nicht weg. Oh, was hast du denn da? Ach so, den Bus? Natürlich. Aber dann könntest du eventuell... Haben wir Knochen mehr? Heiko? Ich hab Knochen. Ach stimmt, die hatten wir auch vorbereitet. Gib mir doch mal ein paar. Ich brauch ein paar, aber eigentlich... Ich hab einen. Ja, total scheiße. Bam! Georg, kannst du ne Dolly machen? Ja, bestimmt. Und dann nach und nach die Kisten leer sind, obwohl die Disketten noch nicht groß genug sind. Ich glaub, du müsst dickere Disketten bauen. Das auch noch. Wer hat denn den Faschow blockiert? Ich. Aber nur an komischen Stellen. Oh, ich wollte da nicht aufheben. Das hat jetzt irgendjemand anders aufgegeben, das Knochenmehl. Haha, braucht ihr denn das? Ja. Hier, ich hab ein Knochenmehl. Kann ich ja schlafen gehen? Hier sind überall Zombies. Wir brauchen Knochenmehl. Deshalb müssen wir jetzt Skelette töten. Ganz oben sind ganz viele Knochen. Ja? Im Enistimus? Ne, ne, davor, das ist eine Kiste, weil ich ja im Reward-Bag Mob-Drops hatte mit 28 Knochen. Oh, hier sind auch noch... Oh, das wird lustig. Jetzt! Das ist bestimmt ein Krieger, wollte ich mal sagen. In welcher Kiste denn? Ganz oben. Muss mal gucken. Ich glaub, da an dem Furnace, der da steht. Furnace. Inscriber. Hier, ich hab noch 17. Oh, wo? Eisen und Topper wohl noch. Danke. Hatten wir noch irgendwo... Ich glaub, Eisen hat mal einiges wieder, ne? Enderperle, Hopper. Ja, das hoffe ich, dass das reicht. Wer hat denn das Ganze Wut? Äh, Wut? Nicht irgendwo was. Geh mal bitte Wut. Ich hab's jetzt grad für die Pistons gefragt. Gebt mir Herr Wut. Ah, reicht, dankeschön. Warte mal, Eisen hab ich, Hopper hab ich. Was ist das andere? Die Engineering-Prozessoren sind oben. Weißt du, von jeder farbigen Scheibe eine. Was ist das denn für ein Kack-Drop, ey? Hatte ich auch. Hast du grad den Reward-Bag aufgemacht? Ne, ich hab grade... Der hat aufgehoben von dir, was du irgendwo vor die Kisten geschmissen hast, glaub ich. Sehr gut. Äh, dip, 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 dip. Stimmt, ich crafte manchmal hier. So. Das war so geil, der Advanced-Inscriber, ne? Den hättet's schon lange geben müssen. Engineering-Prozessoren. Da haben wir sogar zehn Stück. Ich kann so nicht arbeiten. Die waren sogar so ein Reward-Bag, ey. Wie behindert das eigentlich ist. Ich werde andauernd angegriffen. Von Wilhelm. Den Monstern. Dann komm doch hoch mit am Scheiß. Ja, da liegen die aber so... Advanced... Da gibt's ne Eigen-Crafting-Table und der ist blockiert. Dann bau dir einen neuen. Okay. Hinter dir ist ein Slime. Ja, warum? Ach, Inscriber. Mein Gott, das hat immer einen Brain-Fuck. Hast du noch Holz, Georg? Ja. Kann ich mal noch was haben hier? Viel. Ja, zwei Sticks, drei, so. So viel hab ich nicht. Ach, schade. So alles. Okay. Gib alles. Gib mir mal alles, was du hast. Egal, was. Aber Hauptsache haben. Eben. Guck mal, Georg, was ich hier gebaut hab. Damit kannst du noch schönere Disketten bauen. Ja, nice. Der Advanced-Inscriber. Leu, was will der Slime? Wahnsinn. Was will der Slime? Will der von mir, Mann. Kleine Behinderte. Slime. Ihr könnt übrigens claimen. Da haben wir wieder ganz viele Prozessore. Ich muss gleich, ich muss erst mal alles claimen. Ich muss noch voll viel claimen, glaube ich. Ja, weil das ist schon mal ganz ein Buchboden, ne? Ja, eben. Nimm Reward-Bags. Das geht richtig ab. Ähm. Will ich natürlich immer, wenn ich die nehmen kann, aber... Hast du 32 Fluix-Kristalle? Die werden noch so viele, oder? Zufällig gerade nicht unten in der Kiste. Sind da noch welche? Das wäre wunderschön. Ich hab kein Brot mehr. Wer hat Brot genommen? Ah, ich glaube, ich hab da eingepackt. Richtig gut. Da ist mein Brot. Was wollte ich nochmal haben? Richtig aber hindert er. So. Bönen Ingzik? Heiko, was machst du eigentlich? Lol, die sind genau 32 und willst du mich verarschen? Bönen Ingzik? Mir doch egal. Nein, 32 reichen ja gar nicht. 4 mal 9 sind das. 36. Scheiße. Aha. Hattest du nicht so eine Glow Acceleration Chamber gebaut? Ne, leider nicht. Ah, ne, das ist eine Quest. Genau, die hab ich gesehen. Genau, den wollte ich ja gerade bauen. Aber dafür brauchen wir noch ein paar. Ja, mach das mal, dann kann ich bessere Dinger bauen. Was brauchst du noch? Also ich hab noch Prozessoren hier. Vielleicht die meins ME-System. Aber warte mal, das ist ja nur Fluix-Seed made from Fluix-Dust und Sand. Das ist ja eigentlich, dann ploppen die ja direkt da raus, denn die müssen ja nicht wachsen. Machen wir aber kein Crafting-Terminal. Weil es das noch nicht gibt. Warum nicht? Ich hab schon einen Oxygen-Tank gekriegt. Obwohl, du hattest ja hier drei vorbereitet. Eigentlich können wir die dran machen, ne? Weil das ist auch gleich noch eine Quest bei mir. Aber du hattest ja, glaube ich, hier. Hier können wir dran bauen. Mach ich mir die Mühe. Mach da mal runter. Hier, Peter, wo bist du? Bist du hier oben? Hier, guck mal. Hier, guck mal. Hier, guck mal hier. Hier, guck mal hier. Hier, guck mal hier. Und im zweiten waren 128 Kobbel und 128 Erde. Geil. Ja, ich hatte Holz. Hab ich dir mal gegeben. Worst Ding ever, ey. Nice. Du musst dir Peter geben. Ich kriege da nur geile Sachen raus. Das stimmt. Die sind richtig krass. Warte mal, hattest du jetzt noch Fluix-Chrystals? Dann baue ich die mal eben. Ich hab keine. So. Äh, warte unten. Moment. Oder warte mal, ich glaub, ich hab gerade... Ich glaub, ich bin gerade richtig dumm. Weil ich glaub, man braucht noch vier mal vier, ne? Äh, zwei mal zwei. Ja, okay, hat sie erledigt. Alles gut. Toll. Waren ja gar nicht so viele. Wir bräuchten vielleicht mal wieder das Härtus Quads. Oder haben wir noch irgendwo... Ich glaub, da haben wir richtig was rausgeballert. Richtig was rausgeballert. Nein, 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 nein. Wir brauchen den Grow Accelerator. Pass auf, jetzt geht das ab. Ich glaub, in der nächsten Folge mach ich mal was anderes. Und zwar werden wir den Big Reactor anfangen, glaube ich. Das wird krass. Da haben wir unendlich viel Strom. Ja, nicht unendlich, aber eine Menge. So, warte mal. War schon relativ viel, ne? Ja, find ich eigentlich OP, das Ding. Kann mal jemand runterkommen? Jo. Ich hab gar keinen Bock mehr. Warum left the game? Was ist denn los bei dir? Warte mal, ich hab den Last hier, glaube ich, hier reingetan, ne? Da leftet er einfach das Game. Krass, Alter. War schon jemand unten? Ne, was da passiert? Alles explodiert. Er ist ja wahrscheinlich ein Creeper oder sowas. Nein. Grow Accelerator. Warte mal, ich kann aber gerne runterkommen, wenn du magst. Warte. Jetzt bin ich wieder da. Ach krass, wo ist der Creeper hin? Er explodiert. Ach so. So, nein, oh nein. Selbst Zombies am Tag. Was für krasse Typen. Ja. Die halten sich einfach nicht an Tag-Nacht-Rhythmus. Das gibt's nicht. Die halten sich nicht an das Agreement. Was? Ätzend, Alter. Kraft da. Hat einer, was ist der Eimel? Ich hab nix gemacht. Ich hab nix gemacht. Das ist richtig gefährlich. Kommst du nie morgens? Ich hab nix, nix hab ich gemacht. Wann hab ich denn genug? Ich hab nix gemacht. Das kannst du mir nicht in die Schuhe schieben. So, wir können jetzt gleich mal die anderen Dinger müssen wir züchten. Diese anderen Kristalle, weißt du? Welche? Ja, die besseren, die du auch haben wolltest. Die Fluix Crystals, ne? Die hab ich doch schon gemacht. Ah ja, in dem Wasserloch, was 8 Millionen Stunden gedauert hat. Ach so, ja stimmt, das war im Stream. Das war ja, verdammt. Du hast ja etwa wieder drauf reingefallen, oder was? Ich glaube schon. Ja, er verwechselt halt immer seine, die ganzen Realitäten. Das war doch letztes Mal der Heiko. Echt, der Heiko, was? Ich mach mir mal neun Eimer, ne? Abmahnung nachträglich. Aber sowas von. Warum, wer lässt denn hier seine Insects im Crafting Table liegen? Ted, der war da die ganze Zeit zu fragen. Nee, nee, ich hab gar nix mit Insects zu tun, ja. Also ich kann mich dran erinnern, dass der Heiko zuletzt gefragt hat. Wir brauchen noch mehr Knochen übrigens, ne? Machst du die jetzt schon, oder? Was mach ich? Die Kristalle? Nee, nee, ich hab nur halt oben vorbereitet, ähm, dass das Grow-Ding erstmal ist. Da muss noch Wasser rein. Ist. Okay. Und hier müssen noch zwei Kabel dran. Ich weiß nicht, ob du noch zwei Kabel hast. Äh, ja, unten in der Kiste. Ah, warte mal, hier sind noch welche drin. So. Ich hol jetzt mal diese scheiß Kiste hoch. Ich will nicht andauernd hoch und runterlaufen. Knochen, hier oben im ME-System sind 25 Stück drin. Das ist gut. Das wird richtig gut. Es gibt gar keine Dollis. Ne? Nein. Haha. Das heißt, wir müssen alles jetzt per Hand hoch schaffen. Oh yeah. Ist ja nicht so viel, oder? Ja. Aber da passt eh nicht, weil diese Kette ist gleich voll. Wir haben nur eine 1K-Diskette. Da geht's ums Prinzip, ne? Ja. Du kannst noch 18 verschiedene Sachen unterbringen. Ich bring jetzt mal die ME-Sachen hoch. Krass. Ach, Ted, eigentlich brauchen wir nur zwei Raketen. Fällt mir gerade mal ein. Vorhin hat der Heiko gesagt, vier. Echt? Ja, der Heiko. Ja? Ja, sieht cooler aus, wenn da nur zwei stehen für vier Spieler als du. Find ich auch. Okay, ja gut. Ich hab jetzt auch für vier gebaut. Okay. So sieht's aus. Aber da ist ein Fehler drin, sehe ich gerade. Ich. Was? Hinten links in der Ecke. Ja, kann sein. Ich bin ja noch am Umbauen auch eigentlich. Krass. Da baut der einfach um, der Ted. Wie? Packst du jetzt die Kristalle rein zum Wachsen? Dann kann ich mal wegen dem Big Reactor gucken. Was? Du hast die Seed schon gemacht. Ach so, ne. Ich dachte, du packst die da rein. Okay. Ne, kann ich machen. Kein Problem. Weil Materials müssen wir. Genau. Der Hunger. Warte mal. Komm ich da runter? Ich glaube nicht. Ah, hier kann ich runter. Ach, da. Ja, ja. Alles klar. So. Jetzt muss ich nur bauen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr. Mist, jetzt ist ja kein Crafting Terminal. Äh, kein Crafting Box. Geh mal hoch. Oh, lol. Oh, lol. Nicht schlecht, was da drin ist. Was war da drin? Ted, hast du deine Rohstoffkiste eigentlich schon gesehen? Ja, klar. Sehr gut. Hab ich schon gesehen. Na mal. Nice. Wenn schon, denn schon. Ich hab jetzt kein Sand hier oben. Läuft. Haben wir doch nie. Wir haben doch nie das, was wir brauchen, oder? Ach. Ist nun mal so. Warte mal, ich kann dir da rein tun. Der hätte die doch nicht umsonst gebaut. Du bist zwar der Einzige, der keines hat, aber was soll's. Endlich kann man bauen. Ähm, Heiko, kannst du mir mal ganz kurz sagen, was du für die Big Reactor Quest brauchst? Ja. Weil da muss ich mal eine ganze Zeit rumswitchen. Okay. Okay, hau raus. Was haben wir denn das an? Dach doch jetzt. Schnell. Big, Big Reactor. Getting Started. Ein Leorium Fuel Rot. Ein Leorium Fuel Rot. Yeah. Done. Next. Ein Reactor Power Tab. Äh, Reactor Power Tab. Ne, war das ein Rednet-Port? Power Tab. Oh, warte mal. Dafür brauche ich die Reactor Casings. Und dann brauche ich den Power Tab. Hab ich. Ein Reactor Controller. Ein Reactor Controller. Zionid Prozessor. Wo ist der denn? Ah, hier oben. Äh. Oh, da war ein Dia. Scheiße. Die hat ihn da unten, ne? Ich bring den in dir. Bleib beim Craften. Okay. Hast du jetzt die Samen eingesammelt? Nein, ich soll mir keine Samen machen. Ich bin Not Cup of Pride. Echt? Get it? Yeah. Ja. Okay. Du bist ein Diamond. Du bist ein Teds, hallo. Was? Ja, aber mir ist noch kein Crafting Terminal drin. War mal Teds 2 und ich kein. Weil es richtig so ist. Hä? Wieso 2? Ja. Ja, da 2. Äh, lol. Aha. Gib mir mal das Ding. Habe ich vorhin direkt geändert, nachdem du mir das gezeigt hast. Oh no. Dass du die Schilder da aufgehängt hast. Zack. Gib mir mal einen. Hast du? Ah, ja. Ah, lol. 20 Stück haben wir noch. Okay. Jetzt brauchst du ein Reactor Access Port. Big Reactor. Aber eigentlich brauche ich davon noch 2, oder? Oder gibt es einfach nur einen? Nein, aber eigentlich brauchen wir 2. Nein. Eigentlich schon. Ich brauche einen Pisten. A-Pisten. A-Pisten. Haben wir genug? Nein, wir brauchen einen Cobblestone hier oben. Hast du einen Cobblestone im Inventar? Nein. Cobblestone incoming. Ich habe vorhin alles tätiggegeben. Wir brauchen nur ein bisschen Cobblestone. Ich habe alles verbraten. Sorry. Alles einfach weggemacht. Oh, jetzt meine Pig Eggs kaputt. Auch kein Cobblestone drin. Oh, da ist er. Komm, gib, gib, gib. Eigentlich bin ich dafür, dass wir in jedem Raum so eine Crafting Bench haben. Finde ich geil. Ein Crafting Terrell. In jedem. Wird Sinn machen auf jeden Fall. Heiko, ich kann das nicht rausnehmen. Warum nicht? Ah, jetzt geht's. Lol, warum? Ich komm. Nice. Okay, warte mal. Reactor Access Boot. Aha. Warte. Ach, nee. Bart. Nice one, Peter. Nice. Habe ich. Was wollen wir noch? Du hast hier zwei Quests fertig gemacht mit einem Ding. Ach, lol. Ich habe die anhand. Ein Reactor Control Rod. Warte mal, wo sind die denn? Reactor Control Rod. Das sind die Seeds, die du brauchst für die Quest. Ah, lol. Geil, lol. Warte mal, warte mach ich. Reactor Control Rod. Ach, nee. Schmeiß die mal rein. Die müssen noch wachsen. Minecraft. Immer noch, Peter. Immer noch Minecraft. Ah, die sind noch nicht durch. Ja, nee. Ich habe gedacht, die muss mal, also ich habe schon welche gehabt, aber die habe ich wieder weggemacht, weil ich habe gedacht, die müssen auf Null sein für die Quest. Lol. Reactor Control Rod. Schmeiß die mal bitte hier rein. Warte. Reactor Control Rod. Da ist er. Wow, habe ich gemacht. Claim Reward. Okay. Oh. Jetzt brauchst du 96 Reactor Glass, 131 Reactor Casings, zwei Access Ports, 25 View Rods und fünf Control Rods. Fick dich, ehrlich? Go. Nein, die brauchen wir nicht. Doch. Jetzt Peter verunsichert. Wow. Nicht mal gucken, los, machen. So, wie haben wir gerne? Ihr müsst ja die Query bauen. Die sagen immer, du bist produktiv. Also sagen wir produktiv. Ja, dann bau doch mal eine Query. Okay, wie viele Control Rods brauche ich noch? Fünf. Also insgesamt fünf? Ja. Aber wie viele Casings brauche ich? 113. 113. Alter, so viel haben wir nicht. 113. 113. Da musst du echt die Query anschließen, Alter. So eine Query bauen. Um eine Query anzuschließen, muss man erst eine bauen, genau. I'm on it. Okay, wir switchen auf die Query. Very. Ich gucke den Wachstum beim Wachstum. Das war krass. Krass, da brauchen wir echt so. Alter, ich dachte, da wäre einmal nur. Ich dachte, da wäre so, voll easy und läuft so. Aber ist das nicht so. Aber dann doch nicht. Was? Irgendwie nicht. Warte mal, Automatic Miner müssen wir haben. Okay, da ist die Query drin. Okay. Ist der Wain-Miner drauf? Ja, ist der Wain-Miner drauf. Lol, was war das? Standardfrage. Jede Aufnahme. Wolle. Ach Ted, wir brauchen doch einen Raum, wo wir Luft sammeln. Ah. Also quasi ein Blätterraum, wo ein Oxygen-Kollektor drin ist. Ja. Ach, da hinten ist der Fuel-Loader dran. Ja, ja. Nice. Aber hier ist doch überall Luft. Wir sind noch auf der Erde. Nein, wir können überall noch. Oh. Das ist aber ärgerlich. Dank. Oh, jetzt wollte ich die gerade reinwerfen. Das hast du mich umgehauen. Dann gehe ich halt weg. 360, no scope. Oh, scheiße. Hat nicht geklappt. Gut, ich würde mal sagen, wenn es euch gefallen hat. Warte mal, komm mal her, Heiko. Ja, warte. Sag, hallo. Warum haust du mich? Glaubt mir mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Guckt beim Dadjeep, Kassel, Grafter und Georg auf dem Kanal. Georg hat keinen. Egal. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal. Ihr habt die Böge geklaut. Tschüss. Au.